In diesem Video beschäftigen wir uns mit Teilerpaaren. Das ist eigentlich recht schnell erklärt. Wenn wir eine Aufgabe wie 2 mal 3 gleich 6 haben, dann bezeichnen wir 2 und 3 als Teiler von 6, weil sie eben in die 6 hineinpassen. 6 geteilt durch 3 gibt gerade 2 und 6 geteilt durch 2 gibt gerade 3. Dadurch, dass es hier zwei Zahlen sind, haben wir ein Paar gefunden. Das ist ja der zweite Begriff von unserem Teilerpaar, was zusammen dann die 6 gibt. Das heißt, 2 und 3 ist ein Teilerpaar. Das können wir uns gerade auch noch mal grafisch hier veranschaulichen. Und zwar zeichne ich hier einfach mal ein in dieser Richtung 2 Kästchen. Und in der anderen Richtung nehmen wir unsere 3 Kästchen hier. Das vervollständige ich zu einem Rechteck. Und das ist also 2 mal 3 und das gibt gerade 6. Das heißt, 2 und 3 ist ein Teilerpaar. Wenn ich das hier einzeichnen kann, also ein Rechteck finde, was gerade diesen Flächeninhalt 6 hat. 2 und 3 ist aber nicht das einzige Teilerpaar. Denk mal kurz drüber nach. Findest du noch 1? Ich könnte hier auch 1 in dieser Richtung nehmen und 6 Schritte in die andere Richtung gehen. Dann kriege ich nämlich auch 6 von diesen Kästchen hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das wäre hier also gerade 1 mal 6 gleich 6. Und dann wäre 1 und 6 gerade das Teilerpaar von 6 neben 2 und 3. Lass uns das doch direkt nochmal mit einer weiteren Aufgabe üben. Und zwar der 16. Und jetzt würde ich gerne jeweils den Teiler 1 und den Teiler 2, also jeweils 2 Teiler finden, die zusammen gerade 16 ergeben. Überleg doch mal kurz selbst, ob du jetzt schon eine Idee hast, was du hier machen sollst. Okay. Teiler 1 wäre zum Beispiel 1. Und 1 mal 16 gibt gerade 16. Das heißt, wir hätten hier quasi ein Rechteck einzeichnen können, was auf der einen Seite 1 lang ist und in der anderen Richtung 16 Stückchen. Und das gibt gerade den Flächeninhalt 16. Das heißt, 1 und 6 ist ein Teilerpaar. Gehen wir mal weiter durch. 2, 2 und 8 passt gerade. 2 mal 8 gibt nämlich 16. Auch hier hätte ich das wieder als Rechteck mir vorstellen können. Nämlich 2 in diese Richtung und dann 8 in die andere Richtung. Und damit haben wir ein Rechteck auch mit 16 Kästchen. 2 mal 8 gleich 16. So, passt die 3 auch? 3, wenn wir da die Reihe durchgehen, kommen wir da zu 12, 15, 18. Die 16 ist nicht dabei. Das heißt, 3 ist kein Teiler von 16. Kann also auch kein Teilerpaar bilden. Die 4 dagegen passt wieder. Denn 4 mal 4 gibt gerade 16. Super, dann machen wir mal weiter. 5 ist 10, 15, 20 die Reihe. Da ist die 16 nicht dabei. Bei der 6 genauso wenig. 7, 14, 21 geht auch nicht. Die 8 passt wieder. 8, 16. Das heißt, 8 mal 2 würde gerade passen. Tatsächlich haben wir das aber schon. Also, 2 mal 8 ist ja das gleiche wie 8 mal 2. Und das gibt gerade beides 16. Und damit muss ich das jetzt hier nicht nochmal aufschreiben, weil wir quasi dasselbe Paar haben. Nämlich 2 und 8. Das heißt, das mache ich hier gerade nochmal weg. Das muss ich hier nicht nochmal hinschreiben. Und tatsächlich sind auch alle weiteren größeren Zahlen bereits vorhanden. Also, wir können nochmal durchgehen. 9 passt nicht. 10 ebenso wenig. 11, 12, 13, 14, 15 passt alles nicht in die 16 rein. Die 16 passt hinein. Die haben wir aber schon mit der 1. Als letzte kleine Übung direkt zum Vertiefen können wir das Ganze hier nochmal mit der 20 machen. Überleg auch hier mal so kurz selbst, ob du eine ähnliche Tabelle hier erstellen kannst. Also, mit Teiler 1 und Teiler 2. Welche Teilerpaare stecken in der 20 drin? Kurz pausieren und selbst überlegen. Ein bisschen mehr Platz noch. So, erstes ist immer einfach. Wir haben die 1 und dazu passend die 20. Einmal 20 gleich 20. Die 2 geht auch hinein. 2 und 10 gibt gerade ein weiteres Teilerpaar. Die 3 passt nicht hinein. 18, 21 ist da in der Reihe. Die 20 ist nicht dabei. Die 4 passt dagegen wieder. 4 mal 5 gibt 20. Und danach, die 5 haben wir wieder hier die 4. Und das haben wir schon. Das heißt, an dieser Stelle sind wir fertig. Alle Zahlen, die tatsächlich größer sind, müssten einen kleineren Faktor haben. Also, zum Beispiel 7. 7 mal was gibt es 20? Das müsste ungefähr 3 sein. Und das haben wir schon überprüft. 7 mal 3 gibt aber 21. Passt also nicht hinein. Das heißt, an der Stelle, sobald es sich hier wiederholt, sind wir fertig. Und damit haben wir alle Teilerpaare für die 20 gefunden. Ich hoffe, das war hilfreich. Viel Erfolg beim Üben. Ich hoffe, das war hilfreich.